An einer Beziehung muss man nun mal permanent arbeiten. Doc, ich hab nur manchmal das Gefühl, dass er sich nicht mal mehr Mühe gibt. Er klammert total. Er hat buchstäblich Angst davor, allein zu sein. Bei diesen starken Gefühlen halten Sie doch die Hand. Ich. Er kommt Ihnen buchstäblich entgegen. Er will meine Hand nicht halten. Oh, scheiße. Du musst aber die Finger einhaken. Ohne Einhaken können wir genauso gut nur Freunde sein. Und keine Partner. Was sagt dir Säcke jetzt zur Jump Street? Hey. Ich hab ne fette Gehaltserhöhung bekommen, um für euch Wichser wieder den Babysitter zu spielen. Geht's wieder auf die Highschool? Nein, du dämlicher Penner. Du Arsch siehst locker wie 50 aus. Ihr geht aufs College. Gefällt mir, Player? Wieso kommt mir bei jedem Satz aus deinem Mund das kalte Kotzen? Sandwich Toaster. Knautschlüssel. Witziges Shirt, das zeigt, dass wir Alkohol trinken. Macht ihr beide wieder nur Schwachsinn am College? Das ist der gleiche Fall. Also macht auch das gleiche. Naja, ganz ist es nicht der gleiche Fall. Einer von uns hat gestern Nacht gefögelt. Und zwar in der Missionarstellung. Und zwar in der Missionarstellung. Missionarstellung. In der, wo ich oben bin und sie auf dem Rücken. Verdammt. Jetzt wieder an die Arbeit, ihr Pfeißen. Wir müssen echten Experten aufsuchen. Das heißt, irgendwer kert ne Tonne von dem Scheißzeugs nach Mexiko für Spring Break. Das ist eure Spur, Blödmann. Ich weiß, aber wir wissen nicht, wer es ist. Aber wir wissen nicht, wer es ist. Das bist du. Das klingt nicht im Entferntesten wie ich. Ist nicht nicht du. Eric, mach die Augen zu und sag mir, wer jetzt redet. Das ist Schmidt, die blöde Zicke. Was? Hört zu, ihr müsst den Gang hochschalten, Leute. Spring Break, ihr Pisser. Ne Granate? Man weiß ja nie. Und wieso steckst du sie dahin? Fühlt sich gut an. Orale Vato, mein Partner will das Produkt sehen. Wo habt ihr den Gringo her? Von dem verdammten Mumford & Sons Konzert oder so? Kennt ihr mich noch? Ich bin euer bester Eintraum. Ich bin euer schlimmster Eintraum. Los, los! Schreck mich! Nein! Was? Nein! Was hattest du vor? Was ich vorhatte? Warum wolltest du mich küssen? Scheiße, ich wollte dich nicht küssen! Nein, du lädst dich schon wieder vor! Ich will gar nicht küssen! Das ist der unangenehmste Faustkopf, den ich je hatte. Hey, ich hab ne Granate in meinen Shorts! Kommst du da ran? Ist sie das? Das ist mein Schwanz! Und das da? Das ist auch mein Schwanz! What the Bullies in Maho! Hey. Oh mein Gott! Ich hab da eine Idee. Wir könnten uns beim Sex filmen. Nur beim Sex vergesse ich alle Probleme. Und deshalb kaufen Sie Sex. Ja.